Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nr. 6. Ja und weiter geht's mit unserer großen, großen, großen Mission, die wir gerade am Laufen haben. Insgesamt 11 Störsender sind in diesem Gebiet verstreut, 8 haben wir schon geholt in der letzten Folge. Ja und ein paar fehlen noch. Einer steht hier drüben, direkt beim Sicherheitstor von McKay Global. Da ist auch die Zufahrtsstraße zum Flughafen Gabriel Castillo, der sich da hinten befindet. Und direkt am Flughafengelände gibt's auch schon den zweiten Störsender, also insgesamt dann den zehnten Störsender. Ja und wenn wir schon mal in der Umgebung sind, wollen wir natürlich auch gleich mal ein bisschen was entdecken. Wir nehmen mal diese Gebiete mit, wir nehmen mal den Flughafen mit, wir nehmen das Hotel mit und natürlich auch die Flugabwehranlage Ruh, die sich da unten befindet. Und dann haben wir da alles aufgedeckt, dann geht's nochmal hinüber nach Rio de la Madonna. Und dort holen wir uns den letzten und elften Störsender, der ist hier bei diesem FND Depot direkt daneben. Da gucken wir uns auch gleich mal um und nehmen das Waldgebiet hier auch gleich mal mit. Ja und dann sind wir eh schon wieder bei der Mission, bei der Touristenfalle. Und dann geht's McKay an den Kragen, beziehungsweise wir nähern ihn uns zumindest mal ein bisschen an. Mal gucken, was das Ganze denn für Auswirkungen haben wird. Aber ich vermute mal, er wird schon merken. Hallo, hallo, la morale ist da. Mal gucken. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder die Straßenseite wechseln und da rüber gehen. Wir haben in der letzten Folge hier noch das Holzfällerlager mitgenommen, das Holzkohlewerk. Da gibt's ja insgesamt drei mittlerweile schon davon. Alle haben wir befreit, aber das heißt ja nichts. Wir wissen ja ganz genau, sobald wir einen Soldaten irgendwo niederschießen und das Gebiet verlassen, spawnen sowieso irgendwann mal wieder neue nach. Also ich mach mir da gerade gar keine Hoffnungen. Aber das ist schon in Ordnung, dass wir das Ganze zumindest mal entdeckt haben. So, ich zieh mal sich jetzt aber meine Waffe, da oben hätten wir schon mal das nächste Ding. Oh, guck mal, was wir da alles machen können. Sehr schön. Die schaut da so traurig aus auf den Plakaten. Hat wahrscheinlich gewusst, was auf sie zukommt. So, Medizin, das da, das da, das da. Und natürlich auch ein bisschen was lesen. Eine handschriftliche Nachricht. Dieser verfluchte Yankee kann sich also einfach alles nehmen und seinen Namen draufklatschen? Was für eine Scheiße. Ich weiß, wir müssen ihn beschützen, aber ich verstehe einfach nicht, wie unser Präsident so einem Deal zustimmen konnte. Wenn das so weitergeht, wird La Jocha in ein paar Jahren McKayland heißen. Ja, 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 ja. Und wir haben ja auch in den letzten Folgen, beziehungsweise in der letzten Folge, gesehen die Holzkohle, die hier verarbeitet wird von den Bauern. Da kommt dann einfach mal der Herr McKay und sagt, so, diese Holzkohle, die gehört jetzt mir. Und was machen die Bauern? Die können nichts sagen, weil das als Deal ausgehandelt wurde zwischen McKay und Herrm Castillo. So. Ach, der Regen kommt, na Glückwunsch. Kommen wir da eigentlich einfach so rauf, mal gucken. Na, ich glaube von der Seite kommen wir besser hin. Okay, warte mal. Da ist nichts mehr. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben 8 von 11 deaktiviert, haben eine WLAN-Verbindung von 843,12. Und brauchen aber fast 1900. Also, da müssen wir schon schauen, dass wir da ordentlich was erreichen können mit den letzten. Jetzt sind wir bei fast 1100. Sehr gut. 1085,87, um genau zu sein. Huch, da gerade da unten steht jemand. Aber das ist ja nur das Schild hier. So. Da oben gibt es zwar keinen Störsender, aber ich hole mir das Ganze natürlich trotzdem, wenn wir schon mal da sind. So, da gibt es nämlich einerseits für uns ein bisschen was mitzunehmen und andererseits Wimmelzieher nur so von Soldaten. Hallo. Da ist einer gut funktioniert. Oh, scheiße. Gut, so war ich in der Verachtung. Ah, fahr doch weiter. Oh, was war eine Dive-Verfahren wir für ein Gewehr? Cool. Ich bin erledigt? Sehe ich anders. Wer kommt da jetzt? Okay, die haben da drin anscheinend auch gerade ein Fahrzeug bestiegen. Na, was hat das denn jetzt für einen Sinn gehabt? Ich finde das übrigens gar nicht mal so eine schlechte Waffe, dieses Gewehr hier. Es brennt dann zwar alles, aber das ist schon in Ordnung. Oh, mein Granate, toll. Ja, mach das mal. Und weg wäre er. Scheiße. Alles in Ordnung dann. Alles in Ordnung. Das hat gut funktioniert. Die Munition holen wir uns gleich mal wieder zurück und lesen gleich mal ein bisschen die aggressiv gekritzelte Nachricht. Na, jetzt könnte lieber Tat hier vorbeikommen und erstmal ein bisschen Treibstoff abzwicken. So, ich lade mal ganz kurz nach. Wir haben da hinten sowieso noch ein bisschen was, was wir so mitnehmen könnten. Also von dem her bekommen wir da auch die Munition, die uns jetzt noch fehlt. So, das ist eine gute, gute, gute Waffe. Die ist natürlich nicht so ein One-Hit-Wonder wie die andere. Die A ist Wahl. Da schießt der einmal in den Kopf und weg ist der Herr Kollege. Aber die macht sich schon ganz gut mit 100 Schuss. Ein bisschen Feuer. Gefällt mir. So, was ist da noch? Nichts, nur die kleine Werkstatt. Da wäre noch ein bisschen Munition. Die nehmen wir gleich mal. 32 Schuss. Boah, da gibt es aber wirklich viel zu holen. Hallo, hallo, hallo. Noch mehr Muni. Zum Lesen leider nichts und da holen wir uns auch mal den Rest, der übrig bleibt. So, dann sind wir schon wieder so gut ausgerüstet, wie wir vorher noch ausgerüstet waren. Eine schöne kleine Werkstatt. Guck mal eine an. Da kann man die Autos reparieren, wobei ein Auto kommt da gar nicht rein. Ein kleines Büro im Hintergrund. Und Öl. Assayte de Kokina. Produkt von Yara. Das schmeckt sicherlich auch irgendwie komisch. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Wassermelonen. Und wie ein Wassermelonen Getränk schmeckt, weiß ich auch nicht. Weil vielleicht ist das ja der volle Renner. Das kann natürlich auch sein. Ich bin eher so der Eistee-Fan. Oder Kirsche. Kirsche ist auch gut. So, wie sieht es da oben aus? Findet man da noch irgendwas? Guck mal, da drin gibt es noch was. Ach nee, das ist eh da oben. Okay. Huch. Ach, das war der Supremo. So, da unten fackelt immer noch alles ab. Ich glaube, da hat unser... Was hat denn die da eigentlich gemacht mit dem Fahrzeug? Guck mal, wo die da steht. Am Berg oben. Da hat unsere Waffe doch ein bisschen zu weit geschossen. Und das Problem ist, wir haben zwar einen Schalldämpfer drauf, aber sobald da irgendetwas brennt, können wir definitiv nicht mehr behaupten. Wir machen das Ganze leise, wie wir es sonst immer tun. Aber gut, das war ein Fehler, dass wir die angegriffen haben. Dass da gleich fünf das sehen, wenn wir die umbringen, hätte ich mir nicht vorstellen können. So, gibt es hier oben noch was tatsächlich? Was macht denn das für ein komisches Geräusch hier? Hörtlich haben wir, wenn die Leitung ein bisschen undicht wäre. Hervorragendes 1G haben wir übrigens gerade erst wieder in Verbindung. Und wir müssen ja da theoretisch keinen Livestream starten. Also ganz ähnlich, wir könnten theoretisch das, was wir vorhaben, jetzt auch schon vollführen. Aber komm, die zwei Störsender, die wir noch haben, die können wir uns jetzt auch noch mitnehmen. Es sind ja eben nur noch zwei. Und ob wir da jetzt mit 1100 oder 1900 Kp pro Sekunde rein starten, macht dann eben doch einen Unterschied. Wir hätten es auch schon machen können, wenn wir gleich den ersten Störsender nicht hätten. Das wären aber dann auch nur ein Zehntel gewesen von dem, was wir jetzt haben. Das waren nämlich gerade mal um die 100. Also da hätten wir für den Download dort schon 10 Mal so lang gebraucht. Und das dauert. Ganz bestimmt. Wir müssen irgendwann mal probieren, mit einem Helikopter hierher zu kommen und mal schauen, ob wir das ganze Gebiet hier zum Explodieren bringen können. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das geht. Wenn wir da jetzt ein paar Raketen draufschießen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der komplette Gastank hier zerstört werden wird. Glaube ich irgendwie nicht. Das würde wahrscheinlich in Battlefield funktionieren, aber das funktioniert hier sicherlich nicht. Oh. Na, soviel dazu. Das funktioniert hier definitiv nicht. Na, soviel dazu. Ach du Scheiße. Ho, 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 ho. Oh. Na, da kommen die Kollegen von oben schon und wollen natürlich wissen, was hier los ist. Sollen sie mal! So, willkommen am Erdboden, Freunde. Ja, nicht mehr lang. Die hatten mal einen. So, wir werden jetzt zwar gerade überall gesucht, aber das war schon lustig, die zwei Dinger da in die Luft zu jagen. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das funktioniert, muss ich zugeben. Also, hallo, hallo, ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt und sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Na toll. Ich bin ja auch noch hier, meine Lieber. Aber es ist doch ganz gut mit nem Kopfschuss, können wir die doch ganz gut erledigen. Problem ist halt, es brennt alles in der Gegend. So, und ich bleib jetzt mal in Küstennähe. Das finde ich wirklich krass, dass man das Ding in die Luft jagen kann. Guck mal, wir hätten das Ganze gerade aber irrsinnig gut als Treibstofflager für uns nutzen können. Jetzt nicht mehr. Aber krass, dass das geht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Cool. Bin ich sehr positiv überrascht. Die Luft ist rein. Spezialanheiten haben die Spur verloren. Tja. Wahrscheinlich lebt da kaum noch jemand von denen. So. Ich guck noch mal ganz kurz. Wie sieht's denn da jetzt aus? Wir haben von der Küste alles ganz gut mitnehmen können. Das Einzige, was uns fehlt, ist natürlich der Teil da oben und da draußen. Müssen wir auch mal langfahren. Wobei das eher wie eine große Sandbank aussieht, wenn's du mich fragst. Aber das reicht, wenn wir da einmal mit dem Jetski oder so drum rum fahren. Dann haben wir das ganze Ding da draußen auch entdeckt. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt geht's erstmal um den Flughafen. Flughafen Gabriel Castillo. Der ist hier unten. Da haben wir einerseits die Mission, wir haben andererseits den Codenamen Schmuckelfe und wir haben ein iranisches Schmuggelgut. Also wir haben ziemlich viel auf einem Haufen. Ja, ich guck mal. So, da sind unsere Leute. Die sind am Kontrollturm. Die sind da, die guten, bei der Frachtabteilung. Ah, da haben wir unser Ding. Guck mal. Gut, ich will aber jetzt erstmal diese Waffe hier. Weil das, was wir da jetzt alles anzünden, ist jetzt irgendwie nicht so, dass man sich haben möchte. Was macht der denn da? Ist der Gärtner. Der zerstört das mal alles. So, das soll ja keiner merken hier, oder? Hat der das gemerkt? Der hat das gemerkt. Na toll. Oh, fuck. Da ist er da super funktioniert. Scheiße. Ich wollte ihn zum Explodieren bringen. Er brennt ja schon ein bisschen. Oh, wo bin ich denn jetzt? So, weg wäre er. Das war mal ein guter Wurf. Hallöchen, Hallöchen. So, wo ist der jetzt? Jetzt kommt ein Helikopter auch noch. Na, Glückwunsch. Genau das habe ich ja gebraucht. Scheiße, scheiße, scheiße. So, dass wir uns zumindest mal den hier holen. Eieieieiei, das ist mal überhaupt nicht geglückt. Wir waren bisher eigentlich immer relativ gut eingestellt bei diesen Missionen, aber das hier hat ja mal überhaupt nicht funktioniert. So, der hat eh nicht mehr viel Leben. So, das wäre der gewesen. Und ich glaube, da haben wir auch alle Kämpfe und laufe weg. No, ich kämpfe mal lieber. So, wir holen uns mal die Vorratslieferung, dass das hier zumindest mal erledigt ist. Das tut mir leid, dass das so schlecht funktioniert hat hier gerade. So, zumindest 200 Punkte obendrauf und auch gleich mal ein Schießpulver und die Mission hätten wir erledigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wenn wir schon mal da sind, dann dringen wir das schreiende Gerät da oben auch mal ab. Die Spezialeinheiten haben schon wieder die Luft verloren, äh, die Luft verloren, die Spur verloren. Die Luft verloren auch, weil sie nicht mehr atmen können, weil sie alle tot sind. Warte mal, ist das nicht jeder richtige Weg hier? Oh ja. So, und das ist dann Nummer 10. Und jetzt sind wir schon bei fast 2G. WLAN-Verbindung von über 1400. Und die letzten 500, die uns noch fehlen, die knappen 500, die holen wir uns dann mit dem 11. Störsender. Das ist der Plan. So, aber jetzt holen wir uns erstmal alles, was hier in diesem Flughafen rumsteht. Und da gibt's bestimmt einiges, was wir hier noch mitnehmen können. Ich bin gerade in Versuchung, das Ding da wieder in die Luft zu jagen, aber ich mach's diesmal nicht. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich die da vorne in die Luft gejagte. Guck mal, da hinten sieht man noch die Ruinen von denen. Ist die Frage, wenn wir da später hinkommen, ob die wieder respawned sind oder ob die jetzt wirklich zerstört bleiben, weil das hätten wir wirklich, wirklich gut nutzen können als Treibstoffreserve für unsere Leute. Ah, das ist der Heli. Guck mal. Aber naja, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Dann lassen wir uns zumindest diesen kleinen Tank hier noch übrig. So. Die haben also Flugplatz und Hafen alles in einem hier hergestellt. Guck mal, da werden die Schiffe anlegen können. Und da oben kann das dann direkt verladen werden oder es wird vom Flugzeug ausgeladen und da unten ins Schiff verladen. Das Schiff kann schon wieder seine Routen bedienen. Guck mal, da oben gibt's auch noch was. Steht da noch wer? Na nü. Da ist ja keiner. Was war das denn jetzt gerade? Ach, das Bötchen! Achso, wir haben ja gar keine Munition. Oh, fuck. Wo fährt der denn jetzt hin? Äh, was macht der denn jetzt? Hallo? Will der da hinschwimmen oder was? Der zieht die schon alleine. Der hat gewusst, der kann sie nicht aufnehmen mit uns. Hat der jetzt gerade irgendwas zerstört, was wir da oben mitnehmen konnten? Wir haben leider keine Munition mehr für unsere Raketenwehrform. Da hinten ist gerade wieder ein Feind gespawnt. Wer schwärmt denn hier? Oh, die Spezialeinheiten! Was hat der denn jetzt vor? Hallo? Hallo? Hä, was macht der denn jetzt? Und ich hab nicht mal Muni. Na, so wie das nix. Scheiße. Was macht der denn jetzt da oben? Oh, fuck. Okay, gibt's hier irgendwo Munition oder gibt's hier irgendwo nen Raketenwerfer oder sonst irgendwas, was wir nehmen können? Okay, Munition, 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 aber auch für unsere Waffe? Leider nicht. Na toll. Der hat nen Raketenwerfer. War das ein Treffer? Na, das sieht ja nicht so aus. Das war ein Treffer. Sehr gut. Komm, 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 komm. Den holen wir uns. Ja, sehr gut. Alter, das war ein krasser Schütze. Ach, du Scheiße. Hast du das gerade gesehen? Aber wie der den getroffen hat. Geil. Geil, geil, geil. Hut ab, mein Lieber. Hut ab. Gut, wir hätten uns theoretisch nen G da oben schnappen können. Das war ein krasser Schuss. Wer auch immer das war, Hut ab. Was? Alter Falter. Was machen die denn jetzt? Okay, der wollte nur den Truck testen, so wie es aussieht. Krass, 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 krass. Wie die zielen können. Normalerweise erkennt man die KI ja immer so. Die sind zwar da, aber schießen irgendwie nur irgendwie so in die Nähe und dann machen eigentlich nicht wirklich was. Aber das war mal einer. Was ist denn hier passiert? Da brennt ne Vogelscheuche. Aha, das Kofferband. Gut, ist ja ein kleiner Provinzflughafen. Also, dass da die Infrastruktur jetzt nicht unbedingt so hochgeschaufelt wurde wie auf einem, keine Ahnung, 30 Millionen Flughafen ist irgendwie klar. Eine zerknüllte Danksagung. Wir hören jetzt auf den Mann im Haus. Lassen Sie mich wissen, welcher Abend für Sie passen würde, schreibt er. Das heißt, hier kann man sich theoretisch noch was zu essen gönnen. Kommen wir da rein? Nee. Ein kleines Restaurant unter Anführungszeichen am Flughafen. Ist die Frage, ob das für die Leute zugänglich war oder möglicherweise nur für die Mitarbeiter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute hier draußen irgendwie was zu suchen hatten, oder? Die geben die Gepäck hier auf und holen es dann da wieder ab, oder wie? Da ist die Kontrolle auf jeden Fall. Inspektion. Und da wurden anscheinend Zigarren geschmuggelt, so wie es aussieht. Castillo-Zigarren. Da haben wir das Röntgengerät. Und ein Brief. Weggeworfene Nachricht. Sorgen Sie dafür, dass der Yankee nicht von diesem Flugplatz erfährt. Er hat jetzt schon viel zu viel Mitspracherecht bei allem, was wir tun, und ich kann es nicht gebrauchen, dass er diesen Ort als sein persönliches Versandzentrums hat. Wir sind hier, um unserem Land zu dienen, nicht um seine Schoßhunde zu spielen. Halten Sie diese Angelegenheit innerhalb unserer Befehlskette. Naja, gut, einen Flughafen zu verheimlichen, ist es vielleicht irgendwie ein Vorhaben, das nicht unbedingt leicht umzusetzen ist. Weil der ist ja auf jeder Landkarte verzeichnet, sogar auf unserer. Und ich glaube, wenn der einen Flughafen haben will, der wird wissen, dass hier einer ist. Esperanza, Valadeverdera, Segunda, Esperanza, Segunda, Valadeverdera. Alles gecancelt. Natürlich, so viele Gates haben die hier ja gar nicht. A5, D41, wo sollen die denn alle sein? Da sind die Departures. Zwei Check-in Desks. Und da drüben sind die Arrivals. Die Ankünfte. Warum gibt es denn hier auch noch eine Sicherheitskontrolle bei den Ankünften? Kontrolle, Depassaportes, Passport Check. Offizielle Benachrichtigung. Auf Befehl von Admiral Benitez werden alle Artefakte, die bei der Ausgrabung in Konzeption sichergestellt wurden, auf ein Schiff geladen und zu Hangar 51 gebracht. Es wurden besondere Vereinbarungen mit dem Yankee-Militär getroffen, damit sie sie durchlassen. Und da zeichnet der Stabsekretär von Admiral Benitez. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gelesen. Airport Tax. Keiner da. Na gut, hier finden ja auch keine Flüge statt. Das ist ja logisch. Ich würde das Ganze gerne mal in Betrieb sehen. Ah, da ist Einreise- und Ausreisekontrolle. Guck mal. Ich finde das süß. So ein kleiner Provinzflughafen hat was. Wer bist du denn? Ach so, einer von uns. So, da oben ist eine Leiche. Und dann gucken wir uns da um im Kontrollturm auch nochmal um, würde ich sagen. Wenn wir schon mal da sind. Die Munition nehmen wir mit. Die brauchen wir sowieso. Raketenwerfer. Das klingt gut. So, dann geht's mal da oben in den Tower. Erinnert mich gerade ein bisschen an diesen Riesenflugplatz damals in Madrugada, wo wir Jose Castillo, den ersten der Bösewichte, erledigt haben. Der war ja wirklich riesig. Dort hat sich ja zahlreiche Hangar gegeben. Ich glaube sogar zwei Landepisten. Das hier ist ja eher so ein schmaler, kleiner Flughafen, von dem ja anscheinend niemand erfahren sollte. Aber gut. Wenn ich mir mal die Karte ansehe, dann ist ja nichts zu übersehen. So, dann gucken wir mal, was wir da oben vielleicht finden können. Ah. Warum haben die das denn da oben rumstehen? Vaya con Dios. Warum haben die denn das Schmuggelgut da oben im Tower rumstehen, Nanü? Haben die selbst geschmuggelt? Zum Lesen gibt's da leider überhaupt nix. Kontrabando. Sichergestellt worden. Oder haben die das vielleicht einfach nur dazwischen gelagert? Wer weiß das schon. So, ich glaube da unten gibt's aber sonst nicht mehr viel zu holen, oder? Das haben wir uns alle schon angesehen. Da hinten wird's wahrscheinlich auch nix mehr geben. Ich guck mal ganz kurz. Na, guck mal. Da hinten steht noch was. Aber gut. Wir müssen ja sowieso da hinten lang. Guck mal. Da haben wir ein weiteres Sperrgebiet. Da hinten ist dann die Flugabwehranlage. Wir müssen sowieso dorthin. Na gut. Das wäre also der Flughafen Gabriel Castillo gewesen. Ein weiterer von ganz schön vielen. Wir haben ja mittlerweile schon echt viele Flughäfen entdeckt hier im ganzen Gebiet. Sei es in Madrugada, sei es in Valle de Oro und eben jetzt mittlerweile auch in El Este. Manche sind größer, manche sind kleiner, aber manche ist überhaupt nur eine kleine Piste. Von der man vorher gar nix weiß, weil die irgendeinem Bauern gehört, der dort mit seinen Flugzeugen rumfliegt. Oder es ist so ein Zwischenlandeplatz von den FND-Flugzeugen. Ach, guck mal. Die Partyinsel da hinten. Guck mal. Das war unsere Partyinsel, wo wir mit Jon Ron und Jelander Party gemacht haben vor ein paar Folgen noch. Und jetzt können wir das quasi als Trauerinsel umfunktionieren, weil Jon Ron lebt ja leider nicht mehr. Was ist denn dieses leuchtende Lederne dort hinten? Ist das unsere Bühne? Ich denke schon. Das wird wahrscheinlich unsere Bühne sein. Ich hoffe, das ist die Partyinsel. Das ist die Partyinsel, genau. Cool. So, wie kommen wir da durch? Außer gar nicht. Schön für sie. Ich würde sagen so. Ja, wenn kein Tor da ist, dann machen wir uns halt einfach mal eins. Gut, bis auf das zwei Benzin ist hier nicht so viel zu holen. Naja. Das hat sich ja nicht so gelohnt hier. Naja, wurscht. So, wie sieht's aus? Wir müssen an der Küste entlang. Das ist ganz wichtig. An der Küste entlang. Bis wir da hinten hinkommen. Warte mal, ich geh mal wieder hinein, dass wir wirklich an der Küste entlang gehen. Wir sind hier permanent in einem Sperrgebiet. Das heißt, es könnte theoretisch jeden Moment so weit sein, dass hier irgendwo ein paar Soldaten auftauchen. Aber ich vermute mal, wir haben das Gröbste mittlerweile schon hinter uns. Ich lass aber die Waffe mal gezogen. Ich steck die ja normalerweise immer gerne weg. Aber ich lass die mal gezogen, weil wir da hinten ja jetzt die Flugabwehranlage haben. Wir haben da drüben das Hotel, wo sich natürlich auch noch ein paar Soldaten aus rumtreiben können. Schauen wir mal. So, Sektor Militar. Und da haben wir sie schon. Und wenn wir mal auf die Minimap gucken, sehen wir auch, wir sind hier nicht alleine. Hier sind ein paar. So, gucken wir mal, wo die alle sind. Ja, das sind auch noch nicht alle. Okay, da sind wahrscheinlich in diesem Gebäude da hinten noch welche. Und es sind tatsächlich ziemlich, ziemlich viele. Guck mal, fünf Soldaten. Manchmal haben wir einen, wenn überhaupt. Bei so einer Flugabwehranlage. Diesmal sind es fünf. Alles gut. Ich sag dir, alles ist gut. Ist da hinten ein Sniper von uns? Der ist ja voll offensichtlich. Oder ist das nur eine Taschenlampe? Das könnte theoretisch nur eine Taschenlampe sein, damit das so aussieht, als ob da ein Sniper wäre. Um die quasi ein bisschen in die Irre zu führen. Ja, meine ist schon lange entsichert. Da bin ich, mein Lieber. Grüß Gott, hallo. Ich glaub, da gucken wir uns mal ganz kurz um da oben. Das ist bestimmt einfach nur so eine Etappe. Genauso wie ja hin und wieder mal so ein Radio, der mitten im Wald steht, um die Leute daran zu hindern, hier irgendwas einzunehmen. Weil der Gruselmusik abgespielt wird und die Soldaten dann glauben, da treiben sich Geister rum im Wald. Aber das ist bestimmt nur eine Taschenlampe, damit es so aussieht, als ob da gerade ein Sniper zielt. Cool. Finde ich gut, dass die immer wieder so ein paar Tricks haben. So, schauen wir mal, was da noch so rumliegt alles. Ja, Dokumente, hingekritzelter Nachricht. Wo zum Teufel haben unsere Patrouillen Uran gefunden? Wir sind an einem verdammten Strand. Zum Glück haben wir einen Bunker in der Nähe. Beeilen Sie sich und bringen Sie das ganze Uran zusammen mit unseren anderen Vorräten dorthin, bevor uns mehrere Köpfe wachsen. So, da haben wir die Flugabwehrenlage. Die holen wir uns gleich. Wo ist denn das Uran? Achso, im Bunker, natürlich. Ist da hinten im Bunker drin, okay. So, warte mal. Ich hoffe, das haut hin. Das haut definitiv hin und der Luftraum wäre befreit und hier kann man jetzt am Flughafen auch als Privatperson wieder starten. So, da haben wir das Uran. Na, voll gesichert. Ist ja, wow, zum Glück überhaupt keine Öffnung in der Tür. So, akkurates Schreiben an meinen Vorgesetzten. Dies ist meine letzte Schicht. Ich habe es satt, Leichen wie Dosenfleisch in Fässer zu stopfen und die neue Quote ist empörend. Ich habe eine Stellenanzeige von einer Archäologin gesehen, die aus der Stadt loszieht und nach klugen Leuten sucht. Und ich denke, ich weiß jetzt eine Menge darüber, wie menschliche Überreste aussehen. Wissen Sie, was ein weiterer Unterschied zwischen diesem Scheißjob und dem bei der Archäologin ist? Dort sind sie nicht mehr mein Vorgesetzter. Sie hatten ihre Chance, schreibt Carlos F. Ich glaube, dieses Schreiben haben wir sogar schon irgendwann mal gelesen. Möglicherweise sind da mehrere Leute zu den Archäologen gegangen. Und das finde ich ein cooler Spruch, wie Leichenteile aussehen, das weiß ich mittlerweile. Weil die ja immer wieder in Säure aufgelöst werden und dann werden die Knochen, wenn die überhaupt noch übrig bleiben, irgendwo entsorgt. So, jetzt würde es mich interessieren, was es mit diesem Licht da oben auf sich hat. Die Yankees haben das Ding sicher geliebt. Na nü. Riecht bestimmt noch nach Käse. Da ist ja gar keine Taschenlampe, schau mal. Hier schon, aber wenn wir dann raufgehen, ist dann nichts mehr. Muss ein Bug sein. Ich hätte mir gedacht, dass da eine Taschenlampe oder sowas steht. Da ist sonst wirklich überhaupt nichts mehr. Na, Glückwunsch. So, na gucken wir mal ganz kurz. Die Küste hätten wir somit eigentlich ganz gut mitgenommen. Dann gehen wir mal diesen Libertadpfad lang, bis wir hier ankommen. Das heißt, wir müssen dann nach unten gehen. Und dann biegen wir einfach mal in die Wildnis ab und machen uns auf zum Hotel, das sich ja hier gleich befinden wird. Aber guck mal, was da unten alles rumsteht. Ui, 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 ui. Schau mal einer an. Ein kleiner Strand. Ein kleiner Privatstrand. Und festlich beleuchtet, auch in der Nacht. Cool. Das sieht voll geil aus mit dem Feuer hier. Irgendwie hat das was Sektenmäßiges an sich. Und da gibt's Fisch. Fisch und was zum Trinken. Nee. Ich habe mich in Libertad verliebt. So. Dankeschön, dass ich alles mitnehmen darf. So. Wie schaut's aus? Ganz gut schaut's aus. Dann können wir nämlich jetzt hier einfach nach oben gehen zum Hotel. Und hätten das Ganze dann so erledigt. Gut, dass es dann einen Aufgang gibt. Der ist zwar ziemlich klein, sodass er auf der Karte gar nicht verzeichnet ist. Aber das macht ja nix. Wir folgen einfach mal dem Aufgang hier nach oben. Denn die Libertad-Pfad würde hier vorne weitergehen. Aber die Markierung können wir dann theoretisch wieder weglegen. Die braucht ja jetzt keiner mehr. Wir haben ja hier unten alles mitgenommen. Genau. Und da oben haben wir dann das Hotel. Und das ist der letzte Teil, den wir hier noch entdecken müssen. Und dann haben wir da unten in der Küstenregion alles gleich mal aufgedeckt. Dann findet uns nämlich nur noch die eine Störsender dort drüben. Hotel Amanacer. Da haben wir das. Anscheinend ein ziemliches Luxushotel, so wie es aussieht. So, nehmen wir gleich mal alles mit, was da so rumliegt. Das ist definitiv ein Luxushotel. Hallöchen, hallöchen. Würde mich nicht wundern, wenn der McKay da nicht auch seine Finger im Spiel hat. Vielleicht erfahren wir ja ein bisschen was. Vielleicht ist es auch ein FND-Hotel. Kann natürlich auch sein, nachdem das Ganze hier ein Sperrgebiet ist. Da würde es mich auch nicht wundern, warum hier der Luxus so überwiegend vorhanden ist. So, gehen wir mal nach oben. Mal gucken. Ich vermute mal, in die Zimmer werden wir nicht reinkommen. Nee, die sind alle verschlossen. Brauchen wir gar nicht probieren. Da kommen wir nicht rein. Aber, wie ausgestorben. Keiner ist hier, keine Gäste, keine Soldaten. Es ist zwar ein Spielgebiet, aber es ist einfach niemand hier anzutreffen. Jeder mit seinem eigenen Balkon da hinten. Das hat schon was. Das hat schon was, definitiv. Guck mal. So schön als in unserem Hotel, im Caballero-Hotel, wo wir ja unsere Basis aufgebaut haben, schlussendlich. Nicht ausgesehen. Und ich glaube, da vorne steht sogar ein Militärtruck. Also das heißt, wir sind hier... Jo, wir sind hier in einem FND-Hotel, definitiv. Das erklärt den Luxus. Wir haben hier Wein, wir haben hier Whisky. Ganz schön viel zum Saufen. Und die Pugelregeln. Das sind dieselben wie in unserem Hotel, im Caballero-Hotel. So, dann mal gucken. A Strange in Esperanza liegt hier rum. Und ein Interview Coco von Kakao. Mit Pagan Min. Dem Protagonisten, beziehungsweise dem Bösewichten. Alles anderen Far Cry-Teils. Wie schön das hier aussieht. Da haben wir nochmal die Zeitschrift. Ein bisschen grün das Wasser mittlerweile schon, aber wer weiß, wann hier das letzte Mal irgendjemand war. Ob diese Systeme zur Reinigung überhaupt noch laufen. Aber die schweben hier schon definitiv im Luxus. Und da unten, das Ganze ist dann auch wahrscheinlich für die Leute, die sagen, Pool ist nicht unbedingt meins. Ich möchte das Meer sehen. Die können sich da unten hinlegen. Der Barman ist auch da. Guck mal, da haben wir ihn. Hallo, kann ich hier was bestellen? Ich weiß es nicht. Heruntergefallene Nachricht. Komm, Comadre, mach das für mich. Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um Parias und diese dummen kleinen Lamoral-Maden zu tüten. Ich weiß, du bist mit den richtigen Leuten befreundet. Besorg mir ein festes Zimmer. Ich will ein gutes Leben führen. Und er sagt Danke, Dani. Er ist auf unserer Seite. Das finde ich gut. Was hat er hier am Angebot? Immer wieder dieselben Drinks. Sierra Liebe, Mojito, Margarita, Samociara. Immer wieder dieselben Sachen. Auch ein bisschen was zum Kauen gibt es da hinten. Was ist das da? Aviso. Solo se venderan bebidas, Alkoholicas y Sigarros amayores de 16 anos. Also alkoholische Getränke und Zigaretten gibt es nur. Das sind die Zigaretten hier. Ich dachte, das ist zum Kauen. Das sind die Zigaretten. Regular, Medio und Ligero. Die gibt es nur für Leute über 16. Na gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Soldaten hier Leute haben unter 16. Ja, vielleicht Angehörige, die hier auch wohnen dürfen. Das kann natürlich sein. So, na gucken wir mal. In dieses Gebäude können wir, glaube ich, auch nicht reingehen, oder? Vielleicht schon. Mal gucken. Ich glaube, hier haben wir ja sonst nicht mehr so viel, oder? Ach, guck mal. Doch, da ist doch noch ein bisschen was. Bei den Sitzgelegenheiten. Ein parfümierter Brief. Na, guck mal einer an. Mi Alma. Vergiss die Soldados. Vergiss den Krieg. Gönn dir nach deiner Schicht eine Pause. Ich habe etwas gefunden, das du schon immer mal ausprobieren wolltest. Lass ja mir eine Stunde lang ihre Zimmer selbst aufräumen. Wir haben uns ein kleines Vergnügen verdient. Da wollte anscheinend irgendjemand was mit dem Putzpersonal anfangen. Und die Leute, die hier arbeiten, sind natürlich keine Soldaten. Das sind natürlich Leute, die theoretisch auch bei Libertad dabei sein könnten. Aber die werden wahrscheinlich ja auch gut entlohnt werden, weil sie müssen ja auch aufpassen auf ihre Soldaten. Denn wenn hier irgendjemand eingeschleust wird von uns, dann kommt das natürlich nicht so gut rüber beim eigenen Militär. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal hier ganz kurz nach oben. Huch. Achso, hier hätten wir rauf können. Naja gut, das will ja keiner. Da steht das Fahrzeug. Dann gucken wir mal ganz kurz hier noch rein. Weil natürlich steht da auch noch ein bisschen was rum. Ein schönes Bildchen. So, da kommen wir eh nicht hin. Aber wir würden da rüber kommen. Wir gehen einfach mal hier am Geländer vorbei. So, ich glaube, wirklich aufs Dach müssen wir nicht unbedingt gehen. Da oben wird es wohl nichts mehr zu finden geben. Da kommen wir auch nicht rein. Neben dem Koffer haben wir noch einen Koffer, den wir looten können. Da ist auch alles versperrt. Da haben wir den Militär-Jeep mit MG obendrauf. Und da kommen wir schon wieder ins Hotel nach drinnen. Ist ein schönes Hotel. Ist definitiv ein schönes Hotel. Ein Luxushotel gefällt mir gut. Leider natürlich nur für FND-Angehörige offen. Aber wer weiß, wie sich dieser Krieg hier weiterentwickeln wird. Vielleicht ist das bald das Hotel Libertad. Das wird nur die Zeit zeigen. Na gut, liebe Freunde. Ich würde mal sagen, das Hotel haben wir abgefrühstückt. Dann machen wir mal eine kleine Folgenpause. Und sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Cry Nr. 6. Und dann gehen wir hier einfach mal über die Straße. Da haben wir noch einen kleinen, kleinen, kleinen Teil, den wir aufdecken wollen. Nach Rio de la Madonna. Und werden dort uns mal den Rest holen. Die letzte Flugabwehranlage wollte ich schon sagen. Das letzte Stöhngerät, das noch auf uns wartet, ist hier in Rio de la Madonna. Und dann können wir in die Mission rein starten. Und dann gucken wir mal, wie sehr ihn das treffen wird. Den lieben Sean McKay. Mal schauen. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen. Und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.